Willkommen zurück zu Dead Rising 2. Wir gehen jetzt, glaube ich, so langsam auf den Endboss zu. Ne, noch nicht. Ja, aber langsam. So viel ist das doch gar nicht mehr. Ne, ich glaube zwei Dinger noch. Na, siehste. Boah, 3450 Zombies. Alter, wat für ne Scheiße. Schieße ich auf einen mit dem Teller, dann prallt der direkt ab, der Teller fliegt nach oben an die Deckung, geht kaputt. Boah, da hinten stehen so viele, ne? Schuhe auch. Guck mal, ob ich die da hinten treffe. Ja, das sind auf jeden Fall noch genug für dich. Boah, ich finde da alles explodieren lässt. Das ist tot gegangen, ne? Die Queens fliegen auch in die Richtung, wie geil es das ist. Hä? Oh, das sind die Sonne, die sich alle hier, geil. Guck mal zu mir, bitte. Warte. Ich bin da. Näher dran, jetzt. Ist das das, wo wir hin müssen? Ja, ne? Das sähe so cool aus. Boah. 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 Ekeltitten. Aber leg mal, ey. Das passiert, wenn man unter Sonnenblank zu lange ist. Und zu früh geht. Aua. Oh nein, was machen die mit mir? Die machen meinen Playblown schon weg. Aua. Aber ist ja nichts zum Schießen, die Wichser. Ich will nichts trinken. Aua. Denk die ab. Nein, ich hab du aus. Ich muss mit Strohrauben trinken. Warte mal. Da, da ist die Treppe. Ah. Gebt du mal weg. Schmeiß den jetzt Gas kann ins Gesicht. Ey, das ist doch nicht normal. Marter, toll. Ich kann ihn nicht treffen. So, ich will den jetzt, pass auf, was kriegst du mit? Boah, den hab ich voll runtergekriegt. Kann ich den Kopf wegschießen? Einfach in den Kopf getreten. Oder im Rücken treten. Ach, warte. Hier ist doch eine Waffe. Ach, der ist schon ein Crankenhaus. Military Case. Ey, jetzt steht da unten einer. Ja, ich hab den einfach in den Karton auf den Kopf geworfen. Aber der steht nochmal auf, ne? Nein, der ist tot. Geil. Guck mal. Merk ist tot, Riffle. Guck. Das, ne, ist falsche Waffe. Ja, hier liegt. Guck. Ich hab ne Queen gefunden. Hier. Hast du schon so eine? Ja. Geil. Ich hab auch noch ne Queen. Aber guck mal, warte mal eben. Oh, warte, da sind zwei Zombies. Ich hab Hunger auf Pommes. Noch ein Stuhl. Dreinhalbtausend Zombies getötet. Large Soda. Ich bin mit Essen. Ich bin mit Essen. Oh. Guck mal, passt du mal auf die Möbel auf? Die kosten Geld. Ich hab noch das Heft, was richtig einen Boost macht. Hm. Von Essen. Wie viel kriegst du denn da durch mehr? Ich hab 50%. Ach, ist klar. Glaub ich. Hm. Äh. Nee, der hatte den Mund nicht auf. Er hat nicht gepasst. Ja, genau. Ich krieg direkt von den Einlauf. Äh. Haha. Äh. Du hast beide gekillt. Let's playen wir hier. Lab Key Card Acquired. Wat? Go to Rebecca. Die ist doch nicht tot. Computer Case. Nee, die wird ja auch erst ganz am Ende gekillt. Was hast du denn da für ne Waffe? Besen mit Machete. Standardgerät. Haha. Ja, genau. Ein Palisatzmehl. Geil. Mo. Special Abkürzung. Sag mal mehr. Genau. Boah, voll schnell sind wir jetzt durch diese super tolle Mega Abkürzung. Oh, die zucken. Hä? Ah, der hier. Oh nein, ich hab, ich hab Husten. Ich hab Flauen. Ja, hier ist Rebecca. Ich hab was zu heulen. The Ghast coming from. Ich bin der Fyni-Ni-Ni, Mann. Der Fyni-Ni-Ni? Oh, ne, das Computer Case. Ich hab gedacht, Auto-Buttering. Ah ja. Ich weiß, wo eine liegt. Oh nein, falsche Trappe. Oh, ich hab jetzt grad voll die FPS-Einbrüche. Ich hab nur noch 24. Ich zock immer ein 25. Ähm, echt? Man, wenn mancher Ohl hat, wäre besser, aber mach ich nicht. Ja, dann werden die Dateien nicht so groß und das Renderprogramm nimmt auch noch 25. Ich weiß, aber ich hab keinen Bock, dass das so heftig am Ruckeln ist. Ja, im Ladebildschirm mach ich 50. Ja, im 60. Jetzt hab ich wieder 35. So ab 30 ist okay, aber 25 ist schon schlimm. Na warte, ich bin sofort da. Ich bin noch hinter dir. Ich hab auf Folgen geklickt. Hör mal. Ist hier nur eine Autobatterie irgendwo? Ja, sie ja. Geht nicht. Wie? Ja, hier ist seine Waffe. Gib mir meine Waffe. Warum geht er nicht? Womit war er denn? Ah, die nix wissen. Ich hab aber gedacht, das wär die Waffe. Boah, geht euch alle durch. Vielleicht die Waffe und was anderes. Oh, ich weiß nicht, schwarz. Oh fuck. Das will ich nicht. Ein Verstärker stimmt. Oh, meine Waffe. Meinst du mit einem Verstärker? Ja, damit verstärkt man ja die Waffe, ne? Vielleicht. Man kann das ja mal versuchen. Ja! It geht! Echt? Es geht, guck! Den will ich auch. Wie geil ist sie denn? Bam! Hättet ihr jetzt nicht gedacht. Klappt dann erstmal. Wo wir viele hier sind, ist denn hier gar keine mehr. Lass mich. Jetzt geht los. Aua! Wo bist du da? Ich schlaufe hier noch irgendwo rum. Boah! Kommen die auf einmal von der Seite geflogen. Ey, alter. Das crankt, ne? Was ist, wenn du gedrückt hältst? Ja, das wird auch noch. Der ist doch rot. Den Dings haben wir doch, ne? Warte, ich mach das mal. Passiert nix. Na, stimmt. Ich verballer jetzt die ganze Waffe. Da sind so viele. Geil! Hallo Zombies! Tschüss! Boah! Ich hab dich befreit. Ist das krank. Boah, das ist vorhin die Aufräumwaffe. Ja. Ist ihre Wohnung unordentlich. Haben sie keine Lust, ihr Zimmer aufzuräumen. Dann machen sie sich einfach das Special Reppin. Brauchst du Verstärker, kaufst du auch das Musikladen, nutzt du nur so eine Waffe vom Militär. Und dann passt uns so ein bisschen und dann kannst du auch schon aufräumen. Oder die drei Schuss-Verweiche für draußen. Hä? Die drei Schuss-Verweiche für draußen. Das lohnt sich auf jeden Fall, sich dafür so Mühe zu machen, anstatt kurz aufzuräumen. Verstärker kaufen gehen und vom Militär so eine Waffe holen. Ey! Hör mal! Bücher haben auch Gefühle, du Sack! Ist mal voll angelockt, weißt du? Schmeiß da ein Heft da hin. Äh, lauf hinterher. Warte, ich mach mal hier die Tür auf. Ist das vielleicht kalt in dir? Genau. Das ist kalt in mir. Boah, jetzt kommt voll die kalte Luft hier rein. Ist auch schön kalt in dir. Das ist bestimmt vier Grad Unterschied. Willst du auch mal speichern? Ja. Bevor jetzt irgendwann kommt, wo ich dich verreck. Mir fehlen 100.000 EP. Disconnect, alles weg. Wieviel fehlen hier? 100.000. Ich hab 5.095.000. Hör mal! Unge, Junge! Können wir schon wegdrücken. Jetzt tötet er die. Ja, Bam, Headshot und jetzt suchen wir den. Oh, the facts. Ah, toll. Save and continue. Toll. Ich brauch nicht save and. Hä? Ich bin draußen. Ich hab gar nichts mitgekriegt. Hä? Hi. Ah, hier. Nee, der Sullivan hat die Rebecca getötet. Wollte nur Bescheid sagen. Ach so, okay. Jetzt töten wir den. Komm mit. Okay. Hallo, hallo. Komm mit. Okay. Okay. No, das ist ein Spiel. Das muss ich auch mal nochmal zocken. Das hat auch eigentlich Bock gemacht, ne? Ja, oh, guck mal. Oh, der Sullivan. Der hat gesagt, der will uns sehen. Was tun, der Bug? Ich hab nur sechs Schuss. Meinst du, wie kann man den instant killen? Na, ich glaub. Nee, ich glaub, das macht dem nix. Ja. Der Hammer ist gut gegen den. Hä, was war hier nochmal? Hä? Warte, das will ich nochmal sehen. Oh, die Wünze. Ach, nee, der sagt nur, wo der hingelatscht ist. Hä, guck mal, ein ganz anderer. Ja. Kennst du noch den Film, äh, The Core? Ja. Genau, der in der Kern, der, der Hauptdarsteller da, der Typ, der da in der Uni arbeitet, ne? Ja. Weißt du, wie der aussieht? Nein. Chuck Green. Du musst dir mal darauf achten, der hat voll die Ähnlichkeit. Ja, aber volle Kanne. Oh, hier sind so viele Wespen. Boah. Crack'n'R'Aus. Das ist echt, wir machen den Weg frei. Boah, Stärke und Elektrokanone. Vor allem, wie geil. Vielleicht wird's Verstärker, das verstärkt das ja. Eigentlich simpel, ne? Ich so, nee, das geht nicht. Warte, ich will da nochmal durchschießen. Und los! Boah. Boah. Ich glaub, die haben jetzt zwei Dinger weggekloppt. Overtime. Komm gleich. The Fortune Park. The Fortune. The Fortune Tupac. Genau. Boah. Ole. Hey. Jokatan. 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 Hovla. Jokatan. Casino. Hat. Hat. Ja, ich hab noch drei Schüsse. Ich hab noch zwei. Oh, hier. Boah. Lass uns hiebs in Ruhe. Na. Boah. Hier fliegen nur noch so Teile und Gedärm und alles. Ein Schuss. Ich warte noch ein bisschen, bis genug Leute kommen, sonst lohnt sich stattlich. Da. Boah, sind da viele. Geil, Zombies mit einer Sniper in der Hand. Ja, genau. Jetzt muss man husten, ne du Mongole. Oh, ich hab noch einen Schuss. Schieß. Hab dich im Bild. Aua. Boah. Boah. Nein, falscher Knopf. Oh nein, voll daneben gemetzt. Ich wollte dich retten. Ich hab ne Cream da hingeworfen. Ja, ich auch. Es war einer zwei. Ey, die haben noch voll gelitten. Guck dir das mal an. Aua. Wo sind eigentlich die Zombies? Das waren grad nicht mehr hier. Alter, die haben noch voll gelitten. Ich komm mir gar nicht mehr weg. Ich geh mal mal snacken hier. Ja, ich bin gleich tot. Weißt du, dann bin ich am husten. Dann packen die mich schon wieder. Oh, Sushi. Sushi ist auch gut. Jucka dran. Geht weg. Lass mich schon mal trinken. Jetzt bin ich voll. Geh weg, Mann. Ich wofür zu trinken. Boah, die Feuerhandschuhe sind eigentlich scheiße. Ja. Weg mit euch. Ich nehm noch mal ein Sushi mit. Alter. Ey. Schief ist ja echt aus. Raster geht doch mal weg jetzt. Ich hab so meine Ruhe hier. Du bastelst da noch schön fleißig. Weiße. Ich hab nur Essen gesammelt. Und ich, ich muss mich hier die ganze Zeit vor den Mongolen hier verteidigen. Ja genau. Renn doch hin nach Dingern rein. Aber was eben. Jetzt steh ich hier vor der Tür, weißt du. Ich auch. Komm, geht doch durch. Ich hoffe, mich zu vergewaltigen. So. Boah. Alter. Vielleicht hab ich nichts mehr, wenn wir bei dem sind. Genau. Hat dir da nur noch eine Waffe, die rot blinkt und nichts zu trinken. Waffen brauchen wir ja eigentlich nicht für den. Doch, der Hammer geht gut. Wenn den einmal richtig triffst, kannst du den einschlagen. Ja, für mich nicht, wie Mr. Freeman. Blablabla, Mr. Freeman, blablabla. Wo war das? War da nicht so eine Farodie davon irgendwie? Blablabla, Mr. Freeman. Ich weiß so nicht mehr welche.